Liebe Freunde der Paradoxen-Strategie, hier ist euer Steinbein und da haben wir uns ja richtig was eingebrockt hier. Wir hatten es eigentlich ganz gut antizipiert, was passieren wird. Es war ja auch nicht so überraschend. Diese massiven Revolten von itztaischen Nationalisten und zapothekischen Patrioten und was weiß ich, wer hier noch ist, totonarkische Nationalisten. Ja, wir haben sogar extra 10.000 Mann zur Verteidigung, zur Hilfe hier gelassen, aber wir haben nicht mehr nachgeschaut und es wurde uns auch nicht berichtet. Das ist das Fatale und jetzt haben wir den Salat und jetzt müssen wir gucken, wie wir hier mit 10.000 Mann gegen deutlich überlegene, zumindest zahlenmäßig überlegene Rebellen, indianische Rebellen klarkommen. Und als erstes brauchen wir, glaube ich, einen Anführer. Und da ich das ablehne, jetzt hier einfach unseren Königherr zu beamen, werde ich einen neuen General rekrutieren. Damit sind wir zwar über dem Limit, aber das ist mir jetzt auch egal. Drückt mal die Daumen, dass es ein ganz anständiger wird. Und ja, das ist es geworden. Da kann man, glaube ich, nicht meckern bei dieser doch nicht besonders großen Armee-Tradition. Nun, glaube ich, kann man damit leben. Juan de Ojeda, der wird jetzt hier loslegen. Und die Frage ist, wo gehen wir hin? Hier sind schon die Mauern gefallen. Minus 35, minus 35. Alles minus 35. Vorhin war das ja noch anders. Wahrscheinlich wegen Reload noch nicht richtig eingestellt. Also gehen wir erst mal südlich. Versuchen wir hier. Und sehr glücklich, bin ich gespannt, wie sehr unsere technologische Überlegenheit hier zum Tragen kommt. Oder ist die überhaupt da? Ich meine, sie sind ja jetzt gar keine Indianer in dem Sinne mehr, sondern sie entstammen ja jetzt einer westlichen, einer westlich geprägten Provinz. Und bin mir gar nicht so sicher, welche Technologie sie jetzt besitzen. So, hier unten haben wir auch Transportschiff hingestellt, um diese Truppe da abzuholen. Und die nächste wollten wir hier noch abholen, auf dem Weg zu den Weihnachtsinseln. So weit, so gut. Dann, ähm... Oh Mann, was sehe ich denn hier? Besetzt durch Kastilien. Oh, da haben befreundete Truppen tatsächlich hier im weiten Osten von Litauen für uns Provinzen besetzt. Wie auch immer, wir wollten uns hier sammeln in Toledo. Und die Galeren können auch erstmal wieder weg. Hier wird noch ein bisschen repariert. Wobei... Ich mir überlegt habe, dass wir diese 5000 Mann doch lieber in Tangier brauchen. Und lasst sie mal automatisch dahin transportieren. Denn hier ist jetzt erstmal kein Revoltenrisiko, keine Unruhe. Aber in Tangier ist sie doch relativ hoch mit 10%. Da wird wahrscheinlich als nächstes was passieren. So, insofern sind wir hier erstmal bereit. Und wir gucken uns jetzt mal an, was hier so passiert, wie sich der neue General schlagen wird. Ja, Fuhr möchte wieder heiraten. Das kennen wir. Und wir erreichen die Truppen. So, kommen wir hier einigermaßen mit klar. Minus 1 Gewande. Ja, wir sind zumindest überlegen. Auch Aachen ist protestantisch geworden. Oh Mann, der nächste Religionskrieg steht auch schon davor. Das ist das, das ist ein anderer Kampf. Der hat mit uns nichts zu tun. Ja, wir scheinen zumindest zu gewinnen. Verliert immer relativ deutlich. Müssen insofern immer zumindest abwarten, bis wir Moral getankt haben, ehe wir weiterziehen. Und schon wieder haben wir ein Langschwein. Das ist doch verdammt. Das ist jetzt wirklich ärgerlich. Weil wir müssen aufpassen, dass wir nicht... Also eigentlich ist nur interessant Aragon und Fuhr vielleicht. Wie sieht es denn aus mit den Beziehungen? Um Gottes Willen, wir wollen hier nichts transportieren. 168. Ah, wir können auch noch... Wir können auch noch wieder verbessern. Insofern... Auch hier wagen wir es nochmal. Das Ganze zu verschweigen. Und schicken aber jetzt unbedingt mal... Einen Diplomaten hin, um hier die Beziehung mal zu verbessern. Gut. Wir bleiben hier unten. Und schauen zu... Ach Gott, die sind hier bei 0%. 0%. 7%. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo ist es jetzt besser? Ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt... Hier lang gehen. Wenn wir erstmal eine Front klar haben und nicht im Rücken noch Truppen operieren. So, ist das möglicherweise... Das ist noch nicht der Frieden, es ist ein Separat-Frieden. Würzburg-Kriegsreparation. Okay, das war's. Damit ist der nächste Verbündete von Österreich raus aus der Nummer. 69% der Krieg stand. Das wird auch noch interessant, was da passieren wird. So, jetzt gibt es erstmal die nächste Schlacht. Der Anführer macht hier offenbar den Unterschied. Wo ist das? Ach, das ist hier oben. Das ist hier nützlich. So, bleiben wir mal hier dran. Was gibt es hier? Genua, ein Bündnis mit Frankreich. Oh, das ist wichtig. Damit erweitert Frankreich seine Bündnisse in Italien. Sie haben ja schon ein Bündnis mit Mailand. Und mit dem Vatikanstaat jetzt mit Genua. Gut, da sind wir auf Maximum mit Kastilisch-Westindien. Den Diplomaten berufen wir ab. Und hier warten wir nochmal auf den Ausgang der Schlacht. Ja, in Routenien haben wir die Provinzen wieder verloren. Das ist nicht so schlimm. Und hier sieht es gar nicht so eindeutig aus. Die Luxi wird kolonisiert. Sehr schön. Das ist dort, wo wir England das Terrain streitig machen wollen. Und wir haben wieder 2300 Mann verloren. Oh Mann, 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 Mann. Jetzt müssen wir aber erst mal pausieren hier. Bevor wir weiterziehen. Und das sind auch schon 10.000 Mann. Ach, konnten die etwa fliehen dorthin? Oha. Hier sind 7.000 vom Vizekönigreich Neukastilien. Da oben 3.000. Die könnten vielleicht ja auch mal aktiv werden. Ja, aber erst mal geht es leider hier nicht weiter. So. Was macht unsere kleine Flotte hier? Die auf dem Weg hier sein sollte. Ja. Ist die Flotte untergegangen? Ne. Da ist sie schon. Ich hätte schon Schreck bekommen. Ich habe sie hier gar nicht mehr gesehen. Ach, da unten ist sie. Gewürze. Auf den Weihnachtsinseln. Ja, das sind tatsächlich hervorragende Neuigkeiten. Sehr schön. Und die 2.000 schlagen jetzt auch noch ein. Und fahren zu den Weihnachtsinseln. Und dort hier unseren... Nee. Bitte, kann ich die Flotte nicht auswählen? So, versuchen wir es nochmal. Achso, ich habe die Flotte gar nicht ausgewählt. Ich habe... Das ist bei diesen kleinen Inseln immer ein bisschen nervig. Die Armee ausgewählt. So, jetzt aber. Jetzt können wir sie auch direkt hier rauf zielen. So, wir haben jetzt schon 500 Goldstücke. Mein Herr. Und jetzt werden wir ein bisschen aktiv, was den Plan des Flottenausbaus betrifft. Gut. Hier haben wir übrigens, bevor ich dazu komme, hier haben wir die Handelsflotte. Die müssen wir nochmal ein bisschen reparieren lassen. Ja. Ich werde als erstes unsere Großschiffflotte erweitern. Und ich habe überlegt, dass ich richtig mal nach vorne gehe mit dem. Und 14 Großschiffe bauen, sodass wir 20 haben. Damit sollten wir mehr haben als Großbritannien. Das werden wir uns mal angucken. Nee, nicht Nation. So, und hier sehen wir, Großbritannien hat 18 Großschiffe. Zwar haben deutlich mehr Kleinschiffe, aber das ist egal. Und mit 20, ja, da könnten wir auf jeden Fall mithalten. In einem Seekrieg, wobei die wahrscheinlich noch die besseren Werte haben. Aber das ist sowieso schon heftig zu finanzieren. 20 Großschiffe, wir werden sie natürlich auch einmodden, ganz klar. Aber wir brauchen dann ordentlich Reserven, um so einen Krieg führen zu können. Aber erstmal bauen wir sie. Die Karacken. Ich glaube, da schaue ich nochmal nach. Das habe ich nicht ganz auswendig, wann die nächste Stufe kommt. Karacken, die nächste Stufe. Skaleone bei Stufe 15, das dauert noch. Insofern können wir wirklich guten Gewissens bauen. So, und ich werde immer 200 auf der hohen Kante lassen. Das heißt, ich werde 6 Schiffe erstmal bauen können. Das machen wir dann auch mal. Was für eine Investition. 300 Goldstücke. Wow. Gibt man auch nicht alle Tage auf einmal aus. So. Gut. So weit, so gut. Wie sieht es hier aus? Das dauert noch, ehe die ersetzt werden. 7.000. Naja, gegen 10.000 kann ich glaube ich nicht so einfach mit 8.000 antreten. Ach Mensch. Und der Frieden ist da. Österreich tritt Niederbayern, Ostmark und Linz an Böhmen ab. Das schauen wir uns an. Niederbayern, Linz und Ostmark. Wow. Was, wie? Achso, das ist schon geschehen. Ja, logisch. Oh, da fängt es in Linz aber einiges. Bar wird unabhängig. Das ist schlecht, weil das wird sich Frankreich dann holen. Mhm. Boah. Wohlan. Also selten erlebt, dass man so mit einem eigenen Angriffskrieg so scheitert wie Österreich. Der junge Kaiser, Josef I., erst 24 Jahre alt, hat hier nicht gerade sein Meisterstück abgelegt. Und Böhmen ist damit zu einer verdammt großen Macht geworden hier in Europa. Und was sehe ich hier? Ungarn. Boah, die Osmanen schieben sich immer weiter vor. Jetzt ist Ungarn dran. Also anstatt, dass sich hier die europäischen Länder gegenseitig bekriegen, sollten sie sich vielleicht mal zusammentun, um dieses wahnsinnig wachsende Osmanische Reich zu stoppen. Das ist ja wirklich heftig. Haben die armen Umgang denn keine Verbündeten? Nein, sie stehen völlig allein da. Oi, oi, oi. So, Großbritannien hat Portugal als Rivalen bestimmt. Das ist ungewöhnlich. Ich hätte doch fast sogar erwartet, dass sie sich verbünden. Wäre für mich irgendwie logisch gewesen. Aber möglicherweise ist das Ergebnis der Tatsache, dass sie sich hier unten in einer Kolonialregion befinden. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das der Zusammenhang ist. Könnte aber sein. Erstaunlich. Aber gut für uns. Wirklich gut für uns. Und wir haben wieder eine Kolonie. Selbst tragen. Und wir können die nächste damit kolonisieren. Und wo gehen wir hin? Wir gehen, jetzt gehen wir mal dicht dran an England. Gehen wir hier hin. Und auch hier brauchen wir 2000. Und die haben wir Gott sei Dank hier. Und zwar machen wir das mal so. Marschieren wir mal direkt drauf. Und dann schicken wir sie dorthin. In die Mobili-Bucht. So, verloren im Geist und Raum. Da nehme ich doch die lokale Geschwindigkeit, die reduzierte, in Kauf. Portugal hat das nächste Protektorat. Okay, das ist vermutlich in Brasilien, dieser kleine Stadt. Bin ich ganz sicher. Ja, tatsächlich. Das ist er. Gut. Dadurch können wir die auch jetzt nicht mehr erobern. Aber das wollen wir auch gar nicht. Ach so, was macht denn hier unsere Armee? Ist die soweit wieder kampffähig? Oh Mann. 8200 gegen 10.000. Und warum tun die hier nichts, ey? Das ist so frustrierend. Oh nee. Sie bringen offenbar ihre 3000 Mann da rüber? Oder was ist das? Nee. Tja, ja. Ach, hier haben sie die 3000 hingebracht. Na toll. Was sollen sie denn da? Was sollen sie da? Tja, wann greifen wir an? Ich warte nochmal ein bisschen den Mai ab. Jetzt haben wir schon Wasserknappheit und 49%. Oh Leute. Okay, dann riskieren wir es jetzt. Dann riskieren wir es jetzt. Obwohl das vermutlich... Oh Gott, oh Gott. Das wird risky. Das wird riskant. Kommen wir möglicherweise noch rechtzeitig an? Ja, wir sind da. Und unsere Verbündeten könnten sich doch echt jetzt mal auf den Weg machen. Was haben wir jetzt für die Gelände-Manus minus 1? Das geht noch. Aber wir verlieren verdammt viele Leute. Aber der Gegner schneller Morals als wir. Ja, und wir haben auch ein bisschen Glück. Hier haben wir auch jeder. Jetzt sieht es gerade nicht so gut aus. Puh. Oldenburg wird protestantisch. Da fällt jetzt eine kleine Nation nach der anderen. Oh, und uns ist gelungen, tatsächlich die Provinz noch kurz bevor sie erobert wurde, zu entsetzen. So, insofern... Gehen wir jetzt weiter südlich vor. Es wäre schön, wenn wir uns zumindest mal verbunden könnten. Mit diesen 3.000 Mann. Also, dieser Ärger ist ja unfassbar, den wir haben. Und die anderen könnten auch mal helfen. Die haben hier 14.000 Mann und tun nichts. Kann man denen das möglicherweise sagen? Kein Ziel. Ja, das gilt ja nicht als Krieg. Insofern steht diese Option hier leider nicht zur Debatte. So, wir haben die Kolonien da. Ja, okay. Die Truppen sind hier, nicht zu vergessen. Nee, sie sind noch nicht da. Sie kommen aber. Achso, und was ich tun wollte, ich wollte, wenn sie repariert ist, die Hälfte der Handelsflotte... Nein, ich wollte euch halbieren. So. Die will ich wieder hier rüber schicken. Falls wir diese 10.000 Mann doch nochmal irgendwie sinnvoll verlieben wollen, dann sollten wir eine Flotte dabei haben. So, die 10.000... Ja, die können da bleiben. Kardinal jenseits der Grenze. Manchmal bietet sich uns die Gelegenheit, etwas in Bewegung zu setzen, ohne dabei den Eindruck zu erwecken, irgendetwas getan zu haben. Vor kurzem ergab sich so eine Chance, als einem bei unseren Nachbarn lebender Kardinal gegenüber einem Agenten von Kassilien zugab, dass er erwägen würde, sich über die Grenze zu begeben und uns zu einem gewissen Preis in der Kurie zu unterstützen. So verlockend dies auch sein mag, so werden wir möglicherweise einen höheren Preis zahlen müssen, wenn wir dies nutzen, nämlich den Zorn des Landes, dass er verlässt. So, und welches Land ist es? Es ist Portugal. Ja, da sind wir doch ganz gelassen. Und werden einen neuen Kardinal zu uns holen. Hervorragend. Damit haben wir fünf aktive Kardinäle. Und jetzt könnten wir aber mal zur Beruhigung... Oh ja, wir sind hier schon im Minusbereich. Wow. Unsere Beziehung mal wieder ein bisschen aufbessern mit Portugal. Denn eigentlich wünsche ich ja freundschaftliche Beziehungen mit dem Land, mit dem wir nicht konkurrieren. In keiner kolonialen Nation zumindest. In Europa in gewisser Maßen schon. Vor allem um Handelsanteile in Sevilla. Aber das ist noch ein anderes Thema. So. Liebe Freunde, diese Provinz wird auch verloren gehen. Hier haben sie leider die Schlacht verloren. Ach Mensch. Hm. Und wir sind einfach zu schwach, um hier weiter zu gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob er sich anschließt, wenn wir losmaschinen. Das können wir gleich mal probieren. Wenn die Moral oben ist, nach dem Monatswechsel. Händler bankrott. Einer unserer Händler im Ausland ist verarmt heimgekehrt, nachdem er jeden einzelnen Dukaten verloren hatte. Er ist bankrott und wir könnten von seinem Handel nicht länger profitieren. Nee, dann nehmen wir doch lieber den Verlust von 10 diplomatischer Macht in Kauf. Wir retten ihn. Wir geben ihm Geld. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir jetzt hier alleine marschieren oder ob der mitkommt. Der kommt mit. Sehr gut. Dann können wir es riskieren. Dann können wir die 8000 auch angreifen und auf einen Sieg hoffen. Oh, und die Erkundung ist wieder beendet. Das ist schön. Lasst uns das mal erst mal anschauen. Ah ja, okay. Das ist dieses Gewässer hier unten gewesen. So, wo? Nee, Quatsch. Ist es nicht. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier erweitert habe. Auf jeden Fall sollten wir die nächste in Auftrag geben. Gewässererkundung Basran. Machen wir mal Küsten... Küstenerkundung Bengalen. Ja. Eine überschaubare Aufgabe, wie ich finde. Gut, liebe Freunde. Diese Schlacht werden wir aber jetzt auf jeden Fall noch abraten. Oh, wir verlieren viele Leute. Verdammt. 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 Der Gegner kämpft herausragend. Und Portugal erklärt den Guarani den Krieg. Okay. Wo sind die Guarani? Hier in Afrika. Achso. Achso. Nee. Hier unten. Hier unten sind sie in Brasilien. Ja, da wachsen sie. Da wachsen sie. Und was passiert hier? Gut, wir haben die nächste... Oh ja, hier müssen wir unbedingt die 2000 noch aneignen lassen. Und damit sind wir schon mal größer als England. Obwohl wir später angefangen haben. Aber das ist ja auch unsere Spezialität. Kolonisieren. So. Das ist leider noch nicht der Sieb gewesen. Aber jetzt. Wir haben 2800 verlorende Gegner. Etwa gleich viel. Aber er ist zumindest vernichtet. Wir müssen zwar jetzt noch abwarten. Aber eigentlich, wir könnten schon mal weiter marschieren, um diese Provinz direkt zurück zu erobern. Oha. Und hier sind es jetzt 13.000. Und naja. Ganz schön... Ganz schön viel Arbeit. Und da hinten... Oh, da hinten verlieren wir auch eine Provinz. Das ist natürlich ärgerlich. Und die müssen wir auch denken. Puh. Nun gut. Ihr seht, liebe Freunde, wir haben einiges vor. Einiges zu tun. Und insofern freue ich mich auf die nächste Folge. Und dann werden wir uns nochmal dem Thema Spanien widmen. Weil wir haben es jetzt 1528. Und wir könnten theoretisch Aragon integrieren. Ja, allerdings müssen wir bessere Beziehungen haben, sehe ich gerade. Okay. Aber dann könnten wir es. Ach, ja. Der kannibalische Conquestador, der vermisst uns jetzt hier die Möglichkeit. Aber ich werde auf jeden Fall da nochmal was zu diesem Thema Spanien erschaffen sagen. Wow. Und die Osmanen haben hier schon fast ganz Ungarn besetzt. Oha. Das wird nun mal sehr interessant mit den Osmanen. Gut, liebe Freunde. Also. Wir sehen uns. Macht's gut. Euer Steinbein. Wir sehen uns. Yeah. Vielen Dank.